Overrated Touri-Attraktionen. Das alles sind Bewertungen von berühmten Touristen-Attraktionen. Aber offenbar sind sie ihrem Hype nicht wirklich wert. Die Sprachlernplattform Preply hat die Google-Bewertungen von 83 beliebten Sehenswürdigkeiten rund um dem Globus untersucht. Dabei haben sie Schlagwörter wie überbewertet, enttäuschend und Touristenfalle gezählt. Wir zeigen euch drei sehr bekannte Attraktionen, die laut den Bewertungen absolut overrated sind. Der Times Square in New York. Schmutzig und teuer. Das sagen viele Besucher über den Times Square in New York. Fast jeder zehnte Besucher ist unzufrieden mit der Sehenswürdigkeit. Damit ist der Times Square auch auf Platz 1 der weltweit am überbewertesten und enttäuschendsten Touri-Attraktionen. Die kleine Meerjungfrau in Kopenhagen. Zu kleine Statue, eine Riesenmenge an Touri-Gruppen und jeder macht ewig lang Selfies mit der kleinen Meerjungfrau. Rund 1250 negative Bewertungen hat Kopenhagens berühmte Sehenswürdigkeit bekommen. Die kleine Meerjungfrau. Hollywoods Walk of Fame. Offenbar ist der Walk of Fame, ähnlich wie der Times Square in New York, einfach nur dreckig, überlaufen und voll mit unangenehmen Gestalten. Zumindest sagen das über 1030 Bewertungen und damit ist der Walk of Fame auch nicht sehr beliebt bei den Besuchern. Was ist eurer Meinung nach die overratedste Sehenswürdigkeit, bei der ihr jemals wart? Schreibt es uns in die Kommentare.